Winfried Glatzeder muss das All-Stars-Dschungelcamp verlassen. Im Interview mit Promiflash geht der Schauspieler hart mit seinen Mitcampern ins Gericht. Das sind Leute, mit denen man im Leben nie etwas zu tun haben möchte. Von Freundschaften hält der 79-Jährige daher nicht viel. Doch nehmen ihm die Kollegen seine Sprüche über sein Alter übel? Winfried bleibt gelassen und meint dazu nur, das stört mich nicht. Er kann über die Witze nur lachen. Bei der Essensprüfung zeigt er dann seinen Kampfgeist. Während Jordina Fleur kapituliert, verputzt Winfried stinke Tofu, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Geschmack scheint ihm weniger auszumachen als seiner Mitstreiterin. Auch ohne die Dschungelkrone bleibt Winfried ein echter Kämpfer.